Wir fordern ganz konkret, dass sich endlich die Bayerische Staatsregierung des Themas annimmt. Die Bayerische Staatsregierung ist dazu da, die Gesundheitsversorgung der Menschen in ganz Bayern sicherzustellen. Und dazu gehört eben auch eine adäquate Notarztversorgung. Es reicht nicht aus, mit Absichtserklärungen die Menschen, die Notärzte, die Bevölkerung ruhig zu stellen, sondern wir fordern ganz konkrete Maßnahmen, die wir dann auch, falls wir Regierungsverantwortung übernehmen, konkret in die Tat umsetzen werden.